Und es sind viele Videos, die wir echt sehr, sehr gerne veröffentlicht hätten, aber wir durften nicht. Schicken sollen, was du bestellst, weil es gibt da die Microdose und die normale Dosis. Wo ihr Falschgeld bestellt, ist es strafbar. Also habe ich eine Mail an die Polizei geschickt und gefragt, ob wir das nicht zusammen machen wollen. YouTube ist eben doch wie das echte Leben. Die Dinge, die am meisten Spaß machen, sind verboten und die spannendsten Experimente durften wir nicht veröffentlichen. Deshalb gibt es jetzt für euch zumindest ein paar Einblicke nach dem Weihnachtsschmaus. Hoffentlich genügend zensiert, sodass wir am 1.1. nicht mit einem Gefängnisexperiment ins neue Jahr starten. Für mich die doppelten Espresso und euch viel Spaß. Ich hoffe, ihr hattet alle zwei schöne Weihnachtstage. Vielleicht sitzt der eine oder andere voll gefressen abends auf der Couch, gibt sich dieses Video. Ich kann direkt mal spoilern, es ist ein bisschen Entertainment. Nee, es ist sogar relativ viel Entertainment. Und es sind viele Videos, die wir echt sehr, sehr gerne veröffentlicht hätten, aber wir durften nicht. Wir konnten nicht oder wir wollten nicht. Angefangen mit einem Video, welches den Titel hatte, ich habe legale Drogen im Internet gekauft. Der YouTube-Kollege OpenMind aka Simon wurde eingeladen. Er sollte seine Expertise hier zur Schau stellen. Er hat ja selber einen Kanal, wo er nur so etwas macht. Und wir haben dann einfach frei verkäufliche Drogensubstanzen im Internet erworben. Dazu zählen unter anderem Lachgas, Phenibut, Kratom, Iboga und eigentlich auch eine Microdose von 1V-LSD. Ein Derivat der psychoaktiven Droge, welches damals wirklich frei verkäuflich war in ziemlich vielen Stores. Ich fand das so spannend, weil es gab ja unglaublich viele Berichte, dass beispielsweise Apple und allgemein auch im Silicon Valley diese Microdose-LSD benutzt werden, um kreativer zu denken. Wir wollten innerhalb des Experiments herausfinden, ob diese legalen Drogen eigentlich wirklich Wirkung haben. Vielleicht sogar so viel, dass es gefährlich ist. Und auch so ein bisschen verstehen, warum ist zum Beispiel Weed nicht legal und sowas wie Lachgas und Phenibut ist es. Das ist so ein Lachgasentkapsel, da bekommt man das sozusagen raus. Das 1V-LSD haben wir an den Abend dann allerdings nicht mehr genommen, weil wir schon die Wirkung von Phenibut spürten und wir wollten einfach klar unterscheiden können, woher kommt das. Wir sind jetzt beruhigt und euphorisiert, aber das ist jetzt nichts, wo man sagen kann, ja, das kommt jetzt eindeutig von der Droge. Also drehten wir bis dahin ab und Chris und ich haben das dann an einem anderen Tag nochmal genommen, nämlich so circa 18 Uhr, als wir brainstormen wollten. Da wir beide relativ kräftige Typen sind, ich glaube, Chris ist auch zwei Meter groß oder so, habe ich zu ihm gesagt, ey, bei mir ist es so, dass ich bei diesen Supplements und allgemeinen Microdose meistens nicht spüre. Lass uns doch einfach zwei Pappen nehmen anstatt eine und dann haben wir so circa zwei Zehntel der normalen LSD-Dosen ist. Dann war es halt so, dass erstmal nichts passierte. Wir haben angefangen zu brainstormen, dann haben wir irgendwie gemerkt, dass wir schon relativ gut drauf sind, wir haben gelacht und ich muss sagen, es gab so einen Zeitpunkt, wo wir uns beide so angeguckt haben und dachten, ey, das ist schon krass für Microdose. Ich habe dann Simon einfach eine Voice geschickt und er wollte wissen, wie diese Verpackung aussah und schickte mir diese Voice zurück. Du hättest mir vielleicht nochmal schicken sollen, was du bestellt hast, weil es gibt da die Microdose und die normale Dosis. Also ich hätte das natürlich sagen können, aber trotzdem, dann genießt wenigstens den Trip, also es wird jetzt eine geile Zeit. Ja, was soll ich euch sagen, zehn Minuten später konnten wir nicht mehr wirklich an das Brainstormen denken, sondern hatten wirklich einen sechs bis acht Stunden Bad Trip. Ich glaube, man muss es tatsächlich so benennen, ja, wir beide haben noch nie LSD genommen oder so, aber wir haben gar nichts mehr gecheckt. Und ich weiß noch, dass ich in der Nacht, wir haben das Ganze ein bisschen dokumentiert, ja, öfters wirklich mein Handy so mit beiden Händen halten musste, um diese Nachrichten von Simon zu lesen, der mir irgendwie erzählt, ja, ich würde euch ja gerne helfen, aber ich bin hier gerade Trip-Sitter bei einem MDMA-Experiment. Naja, ich kann euch ja an der Stelle mal ein paar Bilder einblenden, die wir gemacht haben. Also man hat schon noch alles gecheckt, aber wir konnten nicht wirklich was machen und es war super, super weird. Und ich muss sagen, wir haben das Video dann nicht veröffentlicht, weil wir auf gar keinen Fall irgendwen anregen wollten, das nachzumachen, weil unsere Erfahrung war extrem schlecht. Außerdem war das Ganze im April und zwei Monate später gab es dann schon von der Regierung auch die ersten Artikel, das Ganze soll verboten werden. Ich glaube, mittlerweile kann man es auch nicht mehr kaufen. Zumindest der Shop, wo ich es erworben habe, hat irgendwann eine Rundmail gesendet und gesagt, wir verschicken es nicht mehr. Das zweite war ein Tinder-Experiment und zwar, wie kann man mit der App bei Instagram Follower aufbauen und zwar automatisiert. Ich habe das schon mal ausprobiert vor zwei bis drei Jahren, das hat super gut funktioniert. In einer Woche 700 Follower. Prinzip ist simpel, du lädst dir bei Chrome eine Extension runter, die heißt Swiperino. Diese Extension liked sozusagen alle Frauen, jetzt in meinem Fall, in deiner Nähe. Dann habe ich ein Zusatzprogramm gehabt, was meinen Standort die ganze Zeit ändert, sodass es halt unendlich viele Frauen sind. Und jedes Mal, wenn du dann ein Match hast, wird automatisiert eine Nachricht rausgesendet. In dieser Nachricht kannst du sogar den Namen individualisieren, das heißt, er schreibt dann, hey Lara, hey Sarah und so weiter. Und du schreibst dann sowas rein wie, ich bin nicht oft bei Tinder, schreib mir doch bei Instagram, würde mich extrem freuen. Dein Instagram packst du im besten Fall auf Privat und so bekommst du dann halt die ganzen Frauen darüber. Wir wussten von vornherein nicht, ob wir das Ganze veröffentlichen, weil es schon moralisch verwerflich ist, aber Tinder hat uns sowieso nicht schlecht durchgemacht. Ich wurde nämlich nach ein paar Stunden erstmal gesperrt, hab dann Tinder Germany angeschrieben, gesagt, ey, könnt ihr mich vielleicht entbannen? Ich wurde, glaube ich, gemeldet und so weiter. Die haben nicht wirklich was gesagt, aber ich war dann wieder frei und 24 Stunden später war ich permanent gesperrt. Dadurch, dass ich mich nicht verifizieren wollte, um einfach offen zu lassen, ob ich das wirklich bin, hat Tinder dann gesagt, okay, er ist wahrscheinlich fake. Und das war's mit der ersten Nummer und komischerweise auch mit der zweiten Nummer. Also wir verstehen bis heute nicht, wie Tinder mich sowohl auf meiner Main als auch auf dem Fake-Handy sperren konnte. Video Nummer drei, da kann ich sowieso mal zeigen, Leute, immer wenn es ums Thema Darknet, Telegram und so weiter geht, also wir haben einige Handys mittlerweile, ging es darum, ihr kennt vielleicht solche Geschichten von Services, wo man den Ruf oder sogar die Karriere zerstört. Ich hab Martin Frost dafür eingeladen und wir sind zusammen so ein bisschen ins Darknet, haben uns das angeguckt und wir hatten jemanden, der tatsächlich sogar hier in Deutschland meinte, ja, ich kann das machen. Das heißt, du zahlst erstmal für Telefonanruf, für Spam-SMS oder eben auch für krassere Sachen. In dem Fall ging es nämlich darum, dass Prostituierte zu jemandem nach Hause geschickt werden, die dann da klingeln und sowas sagen wie, hey, Torben, wir kennen dich doch, falls ich beispielsweise eine Frau hinten hab, die dann sagt, woher kennt ihr euch denn? Und dann ist vielleicht die Beziehung kaputt. Oder aber jemand hat in einem Office ein wichtiges Meeting und die klingeln dann da und, naja, ihr könnt es euch denken. Also Psychoterror, allgemein auch physischer Terror und so weiter. Neben dem Prostituierten bietet der auch Schläger-Trupps an, aber davon haben wir komplett abgesehen. Da gab es jemanden, der hat angeboten, ich mach Leute fertig. Aber nicht, ich schick dir einen Taxifahrer oder einen Dönermann, sondern ich schick dir ein paar Albaner, die jemandem die Beine brechen. Wir haben uns dann diese Camps geholt hier und haben die tatsächlich auch überall im Office aufgestellt. Und ich hab mit dem Typen immer hin und her geschrieben und meinte, ey, ich will das mal antesten. Er wollte für eine Prostituierte, die klingelt, um einfach jemanden zu stören. Also ich hab gesagt, ja, das ist so ein Ex-Geschäftspartner, der hat mich gesnitcht und der hat da ein wichtiges Meeting und so weiter. Und ich dachte mir, so 50 Euro, das ist zu wenig, oder? Also für 50 Euro schickt er jemanden, der da klingelt, das kam mir komisch vor. Nichtsdestotrotz haben wir diese 50 Euro bezahlt, wir haben alles aufgestellt, aber ihr könnt euch denken, es hat niemand geklingelt. Ich hab ihm danach geschrieben, meinte, ey, es war niemand da und er beharrt bis heute drauf, dass jemand geklingelt hätte. Das Ding ist, diese Person ist schon relativ trusted im Darknet. Und auch Martin meinte zu mir, er glaubt, dass es funktioniert, aber wir hatten so ein komisches Gefühl, ihr müsst euch vorstellen, wir saßen in diesem Office. Und wir haben gewartet, bis da unten jemand rumläuft oder klingelt bei uns. Wir haben gedacht, nee, ich glaube, selbst wenn es funktioniert, in dem Moment, wo wir das online stellen, es ist einfach nicht cool. Und dann haben wir ein Video gedreht, wo es darum ging, herauszufinden, was Menschen alles für Geld macht. Wir haben eine Website geholt, die heißt anonymearbeit.de. Die Website ist tatsächlich sogar live. Dazu einen TikTok-Account erstellt. Auf diesem TikTok-Account haben wir dann etwas gepostet. Nämlich verschiedene Videos, wo jemand Geld dafür bekommt, dass er oder sie ein Paket von A nach B bringt. So ein bisschen so wie in dem Film Transporter, so nach dem Motto, guck nicht rein, bring einfach von A nach B und du kriegst deine Code. Diese Videos haben am Anfang keine Aufrufung und keine Klicks gekriegt und deshalb haben wir Werbeanzeigen wie diese hier gebaut. Bist du auf der Suche nach Nebenjobs, die gut bezahlt werden? Dann habe ich da etwas für dich. Klick unten auf den Link und vergiss nicht, dich bei Stefan zu bedanken. Und da ging dann unser Ad-Budget drauf und wie ihr hier seht, wurden die ausgespielt. Und die Idee war halt so ein bisschen, man geht auf die Website, man muss dann eingeben, von wem man kommt. In dem Fall halt Stefan und dann kriegt man eine Handynummer. Die Leute haben mir dann auf diesem Handy hier geschrieben und ich muss ehrlich sagen, in den Chats mit den Leuten habe ich dann so gedacht, nee Mann, das können wir nicht bringen. Wir müssten die jetzt sowieso versteckt filmen, auch dafür hatten wir ja schon Equipment und so weiter. Aber wie willst du das auflösen? So, du sagst dann zu der Person, ey, du hättest gerade für Geld alles gemacht. Und es kann halt auch sein, dass jemand so ein Paket nimmt, zur Polizei geht. Am Ende ist es irgendwie wegen Sprengstoff. Und es kann halt einfach viel passieren, auch wenn Leute merken, dass es vielleicht ein Experiment ist. Wir wollten dieses Risiko nicht eingehen und haben das Experiment dann eben auch nicht weiter verfolgt. Dann sind wir, weil das Video relativ gut bei euch ankam, nochmal zurück in den Telegram Schwarzmarkt. Und wir sind in so Gruppen reingekommen. Ich weiß an dieser Stelle nicht, ob wir das Video wirklich zeigen dürfen. Falls nicht, dann verpixeln wir es halt komplett. Aber im Endeffekt geht es darum, dass bestimmte Substanzen in Apple-Verpackungen, nämlich vor allen Dingen in Apple-Watch- und iPhone-Verpackungen, verschickt beziehungsweise via Boote zu dir gebracht werden. Auch da haben wir wirklich hin und her überlegt, weil ich glaube, es wäre schon ein geiles Video. Und Joko Klaas haben sowas ja mal gemacht mit so einem Drogentaxi in Berlin. Aber ich bin euch ehrlich, Leute, erstens, irgendwer muss diesen Boten treffen. Chris meinte zwar die ganze Zeit, ja, ja, ich mach das. Aber auf der anderen Seite habe ich die ganze Zeit mit dem hin und her geschrieben und ich habe versucht, etwas zu finden, was ich kaufen kann und eben nicht illegal ist, wenn er uns das jetzt in dieser Apple-Verpackung bringt. Aber ihr könnt euch vorstellen, die verticken halt nichts Legales. Trotzdem ist das System genial. Die haben die Verpackung, die haben sogar das ganze Vakuum irgendwie verschlossen. Wenn der Boote von der Polizei irgendwie angehalten würde, dann ist es halt so, dass die Hunde das nicht riechen würden. Also wenn wir zum Beispiel, weiß ich nicht, Smarties da jetzt bestellen. Und das fand ich schon spannend und das, glaube ich, wäre auch cool fürs Video. Aber ehrlicherweise, Gefahr war einfach zu groß. Und das bringt mich auch zum letzten Experiment, welches wir zumindest schon mal gestartet hatten. Danach kommen noch zwei, die wir gar nicht anfangen durften. Das war nämlich jetzt eins, wo wir tatsächlich einfach mal Falschgeld kaufen wollen. Egal ob aus Telegram, da gibt es verschiedene Gruppen oder eben aus dem Darknet. Wir wollten das aber nicht alleine machen. Weil in dem Moment, wo ihr Falschgeld bestellt, ist es strafbar. Also habe ich eine Mail an die Polizei geschickt und gefragt, ob wir das nicht zusammen machen wollen, um wirklich aufzuklären. Das heißt, mein Traumgedanke war, ich sitze mit einem Polizisten, er guckt sich das Ganze an und sagt, daran erkennt man das Falschgeld. Und viele Leute sehen das und sagen, okay, macht eh keinen Sinn. Denn leider hat jedoch die Polizei zurückgeschrieben, dass sie es nicht wollen, weil auch schon das Zeigen, das Bestellen und so weiter strafbar ist und man Leute dazu motivieren oder animieren will. Und die anderen beiden Themen waren auch relativ schnell gecancelt. Einmal ging es um das Thema Casino. Und da bin ich euch ganz ehrlich, wir hätten ein Selbstexperiment gemacht, um zu schauen, gewinnen wir, verlieren wir, wie sieht es aus. Das Ding ist nur, in dem Moment, wo wir jetzt gewonnen hätten, kann ja sein, ist ja Glücksspiel, hätten wir das auch so zeigen wollen. Weil ich will nie Ergebnisse irgendwie verfälschen und wir wollten ja auf gar keinen Fall irgendwie Glücksspiel promoten. Das heißt, irgendwie wäre das Experiment falsch, weil wir vorher schon den Ausgang uns gewünscht hätten. Das Zweite ist, dass wir tatsächlich von dem einen oder anderen, als ich es in der Insta-Story angesprochen habe, eine Nachricht bekamen, wo sowas drinne stand wie, ich würde es lieber nicht machen. Und wir haben uns dann gedacht, vielleicht ist das ganze Thema einfach zu viel Kopfschmerz. Und das zweite Thema waren Mystery-Boxen. Wir haben echt jede geholt. Saturn, Mediamarkt, Amazon, whatever. Wir hatten die hier teilweise, ihr seht es ja, sind die nicht mehr richtig eingepackt. Also das war einfach eine Mystery-Box von Saturn. Ich meinte, wie soll man das jetzt irgendwie unboxen oder so. Haben hier auch schon mal reingelunzt und wir wollten halt gucken, kann man damit Geld verdienen. Unser Gefühl war von vornherein, das ist kompletter Schrott. Und deshalb haben wir gedacht, warum ein Experiment machen, wenn wir auch da wieder irgendwie das Ergebnis kennen. Wenn ihr jetzt trotzdem sagt, macht das Unboxing, versucht die Sachen zu verkaufen, machen wir es, posten das Ganze dann als Short. Also gerne mal in die Kommentare. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne ein Abo da, vielleicht schaffen wir ja noch die 225.000. Das wäre natürlich ein mega Weihnachtsgeschenk für uns. Ansonsten haben wir gemerkt, als wir jetzt das ganze Footage gesichtet haben, auch jetzt gerade nochmal drüber gesprochen. Wir wollen für 2023, wenn ihr Lust drauf habt, etwas krasser werden. Also zum Beispiel sowas wie das Tinder-Experiment. Was sagt ihr? Ist das okay oder nicht? Einfach gerne mal in die Kommentare. Und auch sonst, wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, wie wir Dinge testen sollen, Business-Coachings und so weiter, ich blende jetzt an dieser Stelle mal eine Mail-Adresse ein. Das ist komplett anonym, das werden wir auch nirgends zeigen. Oder natürlich, wie gesagt, auch gerne mit eurem Namen in die Kommentare. Ja, ansonsten bleibt mir nicht mehr viel zu sagen. Wir blenden euch nochmal ein Video ein, was ebenfalls so, sag ich mal, an der Grenze des Legalen ist. Und ansonsten viel Spaß am zweiten Tag mit den Gänsen und Co. Jetzt weiß ich da, oder?